Der Ninja hat die Hände am Sack, am Sack, hat er seine Hände, jetzt kommt die Wände in der Hose. Das Spiel macht jetzt mit Absicht, damit kann ich mich jetzt schon mal die ersten 5 Minuten nicht über Spawn-Pesh beschweren. Ich wusste, dass du da bist. Ich hatte dich gesehen. Von die Weite weg. Das ist da, das ist die Weite. Die Weite weg. Das ist das. Das ist wieder eine übertriebene Raketenschutznage. Er ist gar nicht zu verhangen. Ah, fuck. Jetzt muss ich nicht nur mit dem blöden, unkoordinierten Gezappelt vom Timo klarkommen, jetzt habe ich auch noch einen Pippin, der zappelt. Der letzte hätte gesessen, da warst du aber gar nicht. Boah, fick nicht der Pippin. Das war knapp hinne. Ja, aber Pippin habe ich dann mit der Shotgun von hinten. Der zweite Schuss hätte dich nicht erwischt. Ne, da war ich schon hinter meinem Haus. Das hat ein Fenster. Du weißt, ich schiebe es auf der einen Seite rein und auf der anderen wieder raus aus deinem Haus. Stirb! Endlich! Was? Assistant? Nicht dein Ernst. Obwohl ich meinst, der ist total ernst. Hat er jetzt von weit weg neben Timo oder Kill geklaut? Jetzt hast du einmal den. Was ist denn? Ah, Rüstung. Fuck. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich sag mal so, viel hat doch nicht gefehlt. Ja, aber zu viel. Ah, der würde mir scheiß schnell entlaufen. Also, wer holt Cache jetzt Shotguns-Haber? Ich bin gerade im Spiel. Also, ich würde es ja machen, aber... Äh, nach dem Spiel. Ja. Was kostet 8 Euro, gell? Ja. 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 Ja, okay. 8 Euro ist geträglich. Hi. Ah, nicht aufgepasst. Boah, schönes Ding hätte. Danke. War gut. Hahaha. Die zeigen sich ihre Penisse. Endlich gibt man mir mal 10 Sekunden Scharfschützengewehr, der es mich in Ruhe. Joga, Joga, war der schick. Äh, ich weiß nicht mal, ob das jetzt funktioniert. Also, das funktioniert. Äh, in Golfit funktioniert auch nicht. Es, äh, Golfit ist auch wesentlich anspruchsvoller als das hier. Ja. Golfit ist anspruchsvoller als Dreck. In den riesigen Matchen, als... Wir wollen ja nicht alle Spiele spielen. Nächter Versuch, Vicky. Du hast auch nix mehr, Alter. Ja, ich sag mal, ist es jetzt, äh, beides sehr viel weniger geworden. Ja, ist nichts mehr. Beides weniger. Ja, Leben und Rüstung ist beides weniger geworden. Fuck! Hahaha. Wow, 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 wow. Seid mir weg, Alter. Nein! Hahaha. Gibt ihm an einem Revolver und einen langen Näsumstab. Ja. Die drüben sein Nasekiller. Oh, oh. Fuck! Bleib weg! Wann hab ich den Hände denn mal gehittet? Gestern. Und das hält noch an. Im Supermarkt. Im Supermarkt. Ja. Stimmt, ne? Ist das im Islern und im Zuhörmarkt, dass die da alle homosexuell sind? Ja. Genau wie in Oberbayern. Ja, ob er hat gesagt, in Islern gibt's warme Kassiere. Ich dachte immer, so fickt man bei den Text oben bei Eier. Bitte was? Hat nämlich gerade... Ach du Scheiße, Alter. Gibt mir 10 Sekunden Ruhe und den Sniper. Ne, Leute, spielt ihr mal alleine. Fuck, das hat er nicht. Ah. Hallo, das ist ne langfristige Plan, dass du das spielst. Ah, das kann ich mir dann auch selber kaufen und wenn ich wieder da bin. Wenn ich wieder da bin, ist aber keine Zeit. Das spiel bei der Redemption. So. Oder Overwatch. Das kann ich jetzt mal als gibt's GTA 6. Ja, ja. Wo kam der denn her? So, ihr seht nicht, ich stehe jetzt nur noch für mein Lieblingsspiel. Was denn? Was denn? Was ist das? Taekwondo. Hier ist online. Ja, Spieler, multiplayer. Mhm. Echt? Welches? Ah, ich hab grad gedrückt, du Sack. Hä, dein Ernst? Welches? Aber war ein guter Buch. Oh, Oorsch. Das Oorsch. Das bayerische. Ja. Geht's mit Oorsch. Da geht's darum, da bist du ein Mann, der läuft durch die bayerischen Gassen und haut Frauen auf den Oorsch. Das ist der zweite Teil von Aufnahme, da gibt's kein Sinn. Nein! Das spiel ich mit Leidenschaft auf der Playstation. So, fair. Oh, weee. Kommt Pippelung die Ecke, leider alle schon tot. Schöne aus, dass ich jetzt so weit bin, dass ich mit Cachy Rank spielen könnte, aber wir jetzt irgendwie noch nicht getan haben. Ja, du. Weil, du bist immer on. Wenn ich nachts mal nicht schlafen kann, mach die Playstation an, so ein Fricker fair, ja. Oh! Lachte die Leute. Ja, richtig. Kannst du mich einfach mal joinen? Ja, ich schlafe. Was ist denn das für ne Anmacher? Kannst du mich einfach mal joinen? Ja, hättest du aber auch gern. Warum musst du dir aber Overwatch bekommen? Ja, musst du dir aber Overwatch holen. Ich hab mir das, hab mir das harter gekauft, dass ich den Anmacher kriege. Nein! Du Nutte! Du nuttiger Nuttenfilz! Ich glaub es nicht. Aber Timo, du könntest dir das mal holen. Hast ja genug Kohle. Nein! Ich glaub ich niemals mehr den Killmann-Freund. Ah, ich meinst muss sein Lankeser einfach so hoch. Das gibt's doch nicht. Warum ist denn hier keiner? Das kann doch nicht wahr sein. Ei, ei! Fa- Alter. 1030, 1030, 1020, scheiße. Nein! Nein! Ich hab keine Kugel mehr! Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Nein! Ja! Das gibt's nicht! Ich war bis 10 Sekunden vor Ende 1. Und dann war die einfach verschwunden und ich hab euch nicht mehr gefunden. Ich hab euch nicht mehr gefunden. Okay, du Süße. Hau ab. Mach's gut. Tschö, schönen Urlaub und viel Spaß im Leben. Tschö, danke! Ja, schreib mir nochmal wegen morgen. Ansonsten sehen wir uns in 7 Wochen oder so. Bye! Schönen Urlaub! Morgen schon! Ja, schreib mir einfach. Ich bin eh on. Wahrscheinlich in einem anderen Spiel. In 7 Wochen hab ich Urlaub. Ja, danke. Dann hat er mal richtig viel Zeit für den Westen. Dann kann er sich erstmal Playstation Plus holen und Overwatch. Und ein Wohnmobil! Ja. Ja, aber ich glaub in 7 Wochen geht mein Urlaub grad zu Ende. Ja, das ist... Also wenn überhaupt, das ist meine letzte Woche. Ja, das passt doch perfekt. 7 Wochen ist das Camp beinahe schon. Ja, ich glaub in 7 Wochen ist es schon vorbei. Das ist schon vorbei. Ja, weil Cashy ist ja wieder nicht dabei, weil die muss ja immer Urlaub machen. Jedes Jahr sagt, doch ich will dieses Jahr auch mitmachen und dann... Ja, ich weiß aber das ist halt im August, das ist mein Hauptreisemunat. Ja, das... Wollte grad sagen... Ich war... Das Jahr ist dein Hauptreisemonat. Aber davor war ich das letzte Mal erst im Januar. Wollte. Oh, Mann! Fuck! Letztes Jahr! Stimmt gar nicht, du warst ein Megarin. Nee, das stimmt gar nicht. Ja, stimmt gar nicht. Natürlich! Demo hab ich gearbeitet? Nein. Nein. Ich hab deinen Pult getragen. Nein. Stopp! Und ich hab dir Sophia wirklich viel Spaß. Ja? Achso, und Hennel... Vielleicht geht's ja mal wieder Mufalu. Das mag ich echt mal wieder machen, ey. Ja, sagen wir ja nur so seit 3 Jahren. Ja! Es ist halt echt so, dass ich nicht weiß, warum meine Wochenende sind auch ausgerufen. Sonst weil ich immer der Zeit hatte. Ich hab bald das Gefühl, dass sie mal mehr Zeit als ich am Wochenende hatte. Ja, ich hab einen erwischt, weil die alle wegrennt wie so Pussies. Okay, tschau, ich seh so. Tschauiii. Tschauiii. Hä? Tu es denn? Nee, wieso? Ren halt selbst rein. Nö, ne. Nein! Nein! Du bist... Das war so ein schöner Schuss auf den... Auf den Marien. Bingo! Ich raste gleich noch aus. Rage this. Das gibt's nicht! Ja, verdammt! Ja, verdammt! Die Maus war zogen. Mit der Schaufel. Mit der Schaufel. Nö, Juggernaut! Ja, wieso bist du denn jetzt in Sagenot? Weil du mich noch getötet hast. Ja, ich weiß aber, der füllt Penis jetzt. Boah! Warum tötest du mich? Ich bin überhaupt kein Jugger gewesen. Was ist ein B-Sozialesverhalten? Der hat nix mehr schon wieder. Mann! Niii! Der hat aber... Scheiße! Oh! Unnütz! Ich hab nicht ein... Ich hab zwei Kills. Das gibt's nicht. Hi! Guck! Blue Juggernaut! Aua, Aua! Mein Hund brennt! Hör auf, vor mir rum zu rennen, oder? Das ist durch erwischt! Hör auf, vor mir rum zu rennen, oder? Das ist durch erwischt! Ah! Ah, da hat er ja noch Kugeln. Verdammt! ach gott schön der snipe ist das dein fucking ernst ich habe ein team und dann machen mit der snipe in den kopf aus dem meter und er stirbt durch die tür durch das mir nicht ins gesicht geschossen und auf dem helm das ist doch nicht wahr du kleiner nutten ich hab ihn so down geschossen danke warum warum weil du mir vor die nase gelaufen bist das ist so ok das ist so da weil du mir vor die nase gelaufen bist die immerhin krieg ich den kill ja aber den assist habe ich gekriegt ja ich bin tot was du bist wieder cheater cheater die über die 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 hinten da drunter sporen. Fuck. Das ist so gut. Er hat mich schon weit überholt mittlerweile. Ich bin zwei. Ich bin zwei. Beim Juggernaut. Was ist denn hier los? Ich bin Manni. Das ist, weil ich diesmal als erster Juggernaut war. Das hat mich motiviert. Ich hab auch noch mal gut aufgerufen. Ja, gut überholt, du Drecksack. Sorry, Schatz. Drecksack, Drecksack, Drecksack. Nach dem Spiel geh ich schlafen. Okay. Ja, ich bin heute total auf Mezzo-Mix. Ich auch, aber das ist scheißegal über mir inzwischen. Okay. Naja, wenn der Hoden juckt, musst du mal kratzen, ne? Altes Sprichwort. Wo schlägt er mein Handy? Wo schlägt er mein Handy? Erst wenn der Sapu mal die Katze inhaliert. Fick der Bass so richtig. Wolf, Kaka Matthäus.